Warte kurz! Hey Jungs, wollt ihr Chips haben? Klar, gerne mal! Ja, bro! Immer! Ooooooh! Ooooooh! Was soll das? Na toll! Willkommen zur GOT2 Auslosung für das Halbfinale! Ich bin OJO, das ist... Wilken! Ich bin Opter. Wer sind Sie? Egal, fangen wir an. Oh Mann, hier sind noch Chips für mich. Erst einen von vielen Zetteln. Okay, ich ziehe einen. Aber ich sag noch nicht welcher es ist. Okay. Du ziehst dann einen. Oh, Moment. Oh, Moment! Das hab ich gegessen. Okay, erst. Okay, erst zuerst. Hey, ich will... Okay, okay. Schau. Maxi... Mimboi! Warte, zeig mal den Zettel. Den kenn ich seit der Grundschule. Okay, ab geht's. Was haben wir hier? Das ist... Der Team, der nicht im Halbfinale sein sollte. A.k.a. Yannick. Okay, dann haben wir das Anzeige. Okay. Okay, wie geht's weiter? Was ist das zweite Wettel? Oh mein Gott, mein Gott! So spannend! Oh! Marco Hegel. Ich hab einen aufgelöst. Oh Mann! Nicht schon wieder! Oh Gott, Quasche Öl! Oh Gott! Prokete Öl! Das war in meinem Mund. Oh Gott! Wie die Gürtel ist wohl. Wie die Gürtel ist wohl. Lies genau vor, was da draufstehen. Assi... Assmaginator! Ey Jungs! Der steht in der Hand! 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 Oh Gott!